Davon geht die Welt, die Welt hat, dass man die Zehn stört. Wer sind die Herren der Dinge, sind die Götter noch schön? Wen gehört der Himmel, wer wird nie untergehen? Wer hat wen gefangen, wer klebt noch fest im Netz? Davon geht die Welt nicht unter, dass man sie zerstört. Davon geht die Welt nicht unter, dass man sie zerstört. Wer wartet auf Erlösung, aber noch nicht jetzt? Wer kann ziehen die Wolken über alle Grenzen hin? Wem kann man erzählen, was er glauben will? Wer hat schon verloren, bevor er überhaupt spielt? Davon geht die Welt nicht unter, dass man sie zerstört. Davon geht die Welt nicht unter, dass man sie zerstört. Davon geht die Welt nicht unter, dass man sie zerstört. Davon geht die Welt nicht unter, dass man sie zerstört. Davon geht die Welt nicht unter, dass man sie zerstört. Vielen Dank.